so wir sind jetzt hier auf dem hockenheim ring heute auf dem abad day und wir sitzen in johannes seinem schönen abad punto evo jawoll und machen jetzt hier gerade ein fahrtraining das fängt jetzt erstmal an hier ganz einfach mit hütchen fahren da hinten donnern sie mit den driftautos rum so 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 Sehr gut! Schreie, schreie, schreie! Das war's für heute. Ja, das ist ein bisschen besser. Ja, das ist ein bisschen besser. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020